Wir haben heute Freitag, der 22. glaube ich, oder 23. Es ist 6.10 Uhr, ägyptische Zeit und wir haben gleich so einen Aufkommen. Das Boot fährt Richtung Esna beziehungsweise Aswan Staudamm. Das Boot fährt Richtung Esna beziehungsweise Söhr. Es sollte sich einfach so einen Aufkommen da sein. Es ist 7.5 Uhr, der 1.10 Uhr, der es ist. Es ist eine Schlange. Das Boot fährt Richtung Esna beziehungsweise Börse und es hat die Schlange. Das Boot fährt Richtung Esna beziehungsweise Börse und es hat die Schlange. Die Schlange istodeskern. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020